So, liebe Leute, warte, ich bin etwas leise, glaube ich, wieder. Hey, wir drehen mich noch ein bisschen laut. Stopp, nicht sperren. Ähm, weil, Mensch. So, ich gehe mich, glaube ich, wieder ein bisschen runter mit den Sounds hier. So könnte es das nicht mehr passen für euch. Wartet mal ganz kurz. So, jetzt müsstet ihr mich auch wieder besser hören. Und ja, ich habe das Problem ausgeführt und erstmal brauchen wir hier in der Werkbank, muss ich nach da ausrichten. Und das zweite Problem war, CM-E-Platter hier. Ich habe den Scheiß nicht formatiert, war mein Problem. Das könnte ich eigentlich auch mit der dann machen. Hm, ich habe gerade ein Self-Worktes vor. Also, wir brauchen jetzt erstmal eine Self-Workbanks. Können wir natürlich nicht machen. Habe ich ja schon erwartet, dass... Ich habe unter Brummel noch Sand. Irgendwie, obwohl wir in der Wüste sind, schaut das echt mau aus, muss ich sagen. Aber okay. So, jetzt jagen wir da schnell durch. Mal schauen, wie viel wir rausbekommen. So. Dann habe ich vielleicht noch was anderes vor. Ich will klären jetzt erstmal die 17-Grad-Zelle. Ganz viel Schrott, was hier drin ist. So. Leder. Sand wollte ich hier, Kohle aber nicht. So, das gehört alles zu mir. Oh, Leadstone-Chat wird nicht schlecht. Ich bin... Ah, mein Sand. Wo ist mein Sand? Da ist mein Sand. Ich habe doch den schönen Stier, dass ich genau 32 habe. 164 sieht's. Mal schauen, wie lang es braucht. Ich hoffe, dass es schnell geht. Wir haben bestimmt keine pure Merknopf. Aber wir können schon mal die Silicon Plate machen und die Calculated. Ich glaube, dass es die Calculated war. Jip. Ja, Leute, falls ihr fragt, warum ich etwas wenig redet... Es ist verdammt nochmal... Boah, bist du laut, Lead? Ah, es ist... Ja, 10 vor 7. Gerade eben mal. Calculated. Hm. Oh, nächste Stufe reicht. Na dann. Haben wir es bald geschafft. Auf jeden Fall will ich diese Vielfalt dann auch... Ja. Schieben. Das Problem haben wir eigentlich noch gar nicht, oder? Wenn ich mich jetzt mal unsere Zellen so anfangen... Und sich geht's ja noch. Ja. Ja. Ich muss ja, wie viel Balls so ein Cobblestone ausmacht. So, schmeiß mal mal rein. Ja. Und dann... Ja. Kopf. Le. Auch. Ich hoffe, dass ich hier nicht hier noch... Ja. 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 150 für 1000. Obwohl, das könnte man eigentlich so machen, dass wir die nur formatieren und dann den ganzen Koppel draufschmeißen, ein bisschen Trippel erwischt leider, das heißt den müssten wir danach auch noch zerlegen, oh weh oh weh, jetzt habe ich 1700, passt. Komm, gib mir die scheiß Kristalle, oh komm spiel, warte, sop, und sop, jetzt habe ich sie ja wieder hier, da haben wir es 64, unsere Pure Crystals, sogar recht schnell, wir brauchen nur den Chest. Ah, stopp, ich bin ja noch nicht ganz fertig, sop, aber wir finden noch einen Redstone, ups, halt doch, dass ich jetzt die ganze Nacht arbeiten, aber Nachtschicht hatte, ja gut. Ich will jetzt die Folge auch nicht über lange machen, weil ich langsam auch mal ins Bettchen will, aber ich will euch noch irgendwas fürs Wochenende geben, da ich eh nicht da bin leider, und ja, sie wollte ich euch irgendwas zumindest noch geben, also ja, die Zellwerkbench, ich werde schon jetzt einfach mal optisch da hin, sie darf zum Beispiel nur Fluxküßel nehmen. Clear. Personal Invertible Blade. Sop, könnten wir, glaube ich, Fluix Crystal. ähm, ja. Ich überlege rein, ob ich die irgendwo erreichbarer hinbaue. Ähm, ja. Ich überlege rein, ob ich die irgendwo erreichbarer hinbaue. So, stellt sie nach vorne. Es wird zwar schön und gut, dass ich immer den Zweifel sehe, aber das ist mir dann, glaube ich, egal. Ich habe, jetzt kann ich hier jetzt canceln. So muss es sein. Jetzt kann ich hier auf mein Flux, jetzt will ich zwei, next, start. Komm, spiel, sag mir, dass es geht. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Fluix. Yes, wir haben es geschafft, Leute. Schaut es euch an. Wir haben uns doch erst Crystal's Auto gecrafted. Ich bin stolz. Hm. 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 Wir tun jetzt erstmal unseren ganzen... Jetzt mache ich kurz was anderes, da ich die Amatric Sky im etwas missbrauche. So. Ja. Was das mit den Flux Crystal Dinger ist, könnten wir dann auch noch machen, aber es dauert ein bisschen länger leider. Weil wir jetzt so ein bisschen was anderes brauchen, aber wir haben schon mal die ersten Sachen, Leute. Das ist doch was wert. äh me 1k stoppt ich brauche ich böses ding nicht verschwinden hoch ich habe hier noch was halt auch hier sehr schön ok das jetzt nacheinander koppel reinkraften wenn ich auch was wir oft zu ihm aber egal das ist dann aufstehen wahrscheinlich erst mal noch von der körper geholen ich hoffe auch dass das geht das selbst nicht mehr alles auf diese ich kann sogar gar nicht auf den falschen nehmen ich habe noch keine falschen items hier rein tun stopp wollen wir irgendwann fertig werden noch ich habe verlegen verlegen dann haben wir so wie nico sich das gewünscht hat wo ich das gefühl dass mir vielleicht nicht hier kann ich für sowas reicht muss ich ehrlich sagen wir haben es 10.000 und haben jetzt naja ein bisschen was passt da schon drauf also das passt schon gut was rein wie es ausschaut ist doch schon mal gut vielleicht kriegen wir von der jetzigen query noch alles rein das wäre doch schon mal nice leute oder wenn wir unsere jetzige query alles rein bekommen das ist ein gang auf diese zelle ist jetzt verrückt ich brauche ich mir nur noch eine me chest und ein me controller und ein bisschen strom stopp die neuner wieder ein bisschen strom haben scheiße verdammten koppelstern haben wir leute ich weiß gar nicht dass wir so viele haben ja ich hatte irgendwas mit 17.000 im kopf aber ich glaube wir sind schon längst über die 17.000 rüber also ich weiß nicht wann ich mal auch 17.000 kam aber da sind wir eindeutig nicht geil ich glaube das ist eigentlich eine kürzere folge sein sollte dürft ihr euch jetzt der blödsinn anschauen ich koppel in meinen pc in die kiste reindrückt ok und ich glaube ich muss mein wort zurücknehmen dass der alter von der query reinpasst ich glaube die wird nach der ladung wenn ich pech habe voll sein und ich glaube ich bin mir nicht mehr so ein bisschen 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 mehr so ja die schon gut ja gut ich habe das gefühl wird wahrscheinlich unsere korpiste und kiste um sich wahrscheinlich doch noch ein bisschen was bauen dass ich hier ein gruppe ist ja normal wir haben über 4k cobblestone also wir haben über eine 4k zelle wahrscheinlich mit cobblestone voll ich wüsste was mir zu viel kommst du machen würde ich ja nichts sagen aber ich habe keine ahnung hey das wird echt wichtiger das wird gleich unseren ganzen koppelsturm mal sehen aber wir haben gleich voll gestopft leute wir haben eine 4k storage zelle zugestopft mit koppelstone wahrscheinlich top voll mal schauen wieviel koppelstone jetzt darauf gepasst haben 23.514 wow wow ok ja ich hatte was scheiße jetzt hat warte mal kurz ich hatte glaube ich was vor ich wollte ja nico mal ein chat pack machen haben wir brosse nicht wirklich viel wie es ausschaut machen wir mal kurz LL an machen wir mal ein bisschen was bitte ja manche suchen kennen weiß ich noch dass die gehen oder war das mit ein eisen zwar mit ein eisen ok das andere war so ein tin starb so wie ne war das nicht so ein silber starb das war ein silber starb ok okay ich glaube jetzt haben wir fast ein ganzes step raus ähm wir brauchen zwei oder Inbau Was habe ich da benutzt immer? Nickel Für Deut und Eisen Wir haben auch ganz ganz viel Zeug eigentlich schon drin So, wir müssen mal kurz schauen was hier so abgeht Wir haben hier unsere Browser Ich habe hier 2 Leadstone Chatpacks Wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil ich 2 Invert Chatpacks machen wollte Aber ja, ohne Invert ist sowas etwas schwierig halt Ja, wir finden die Invert Kabel 6 könnten wir reichen glaube ich 1 Ja Warte mal kurz Ich brauche aber 4 davon Ah 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 6 7 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 19 19 20 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 21 22 22 25 29 25 22 27 23 23 Das heißt ich wollte erstmal noch einen Lead, dann noch einen Hardened und vor den Hardened in einen Reinforce. Jetzt haben wir schon mal zwei Reinforce. 10 Stück, 2, 1, 2, 3, 4 Düsen, Hammer, Hardened, Reinforce, Bombe, Kaläden. Und dann, 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 Transposer Stimmt, können wir mal probieren Add Terminal Expansive Add Termal Expansive Magma größer Inver Ich glaube ich brauche hier Inver Gears nochmal Das ist in der Mitte und das da fehlt Ist ja immer so ein Wahrscheinlich Maschinenfilm haben wir auch nicht Ich hatte jetzt schon den Rad Maschinenfilm Zup Zup Uhhh Okay Mw So, jetzt haben wir zwei, das ist jetzt schon mal so, richtig gut, jetzt formen wir das Ding ja noch. Wir haben keinen Rotsdam Block, dann machen wir halt schnell einen. Joppa, zwei Stück, Lutens, Porsche, Duke, Con, Do It. Ja, wir wollen jetzt mit unseren Maschinen ein bisschen nach oben ziehen. Acker Kujubel und Flutens, Porsche. Jetzt schnappen wir uns mal ganz kurz. Redstone. Ups. Mein Gott, schauen wo das hinlandet jetzt. Yes, es lande gleich hier drüben. Perfekt. Zwei, drei und hier drüben gleich wieder voll tanken. Lade ich dann nochmal ein bisschen Redstone auf und dann passt das schon wieder, denke ich. So. Ich tue jetzt nochmal dann mit Redstone auf, weil ich dann nochmal zwei Buckets brauche. so. Zwei Buckets. So. Zwei Buckets. Ich tue jetzt noch ein bisschen weiter. Warte, das war die Reihenfolge. Wollen wir das da noch. Machen wir es einfach gleich mal ein bisschen öfter, deswegen öfter schadet es ja nie, denke ich mal. Jetzt brauchen wir davon 1 2 Ok, ich glaube wir doch setzt uns der Kompakt hier noch mit rein So, jetzt haben wir die für Düsen Jetzt haben wir das Jetpack einmal, jetzt haben wir das Jetpack zweimal Mit 2 Millionen F jeweils Hihihi Das andere ist, äh, irgend so ein komisches Erz Vielleicht bräuchte ich das Zeug noch und das weiß ich noch nicht ob ich es überhaupt schon machen kann Und da noch ein bisschen was Ich habe keine Ahnung ob Nico das dann noch schaut Nicht meine Folgen Aber egal Ich bin jetzt dann einfach mal nett Ich lade ihn das Jetpack auf Plus meine Schuhe vielleicht mal Und allgemein mal meine Rüstung Die doch schon relativ was mitgenommen hat Damals spät auch mal Tier 3 Fuel Using Blink 10er F 50er F 100er F Da haben wir Blink sogar 10er F 15 15 16 16 16 16 18 ok so lala was ich jetzt verbraucht habe gut wir haben jetzt bei den t3 check warum denn noch nicht ich denke jetzt mal jetzt kann ich auch mal sagen wir beenden hier die folge und das nächste mal wieder also schon leute